Heute der Landesfest-Höhepunkt mit dem Festzug. Wir freuen uns ganz riesig. Nach zwei wunderbaren, tatsächlich sehr heißen Landesfesttagen findet heute unser Finale, unser Endspurt statt. Wir haben gestern einen ganz tollen Landesfesttag hier auf den verschiedenen Aktionsmeilen, Flächen und Bühnen erlebt. Die Stimmung war ganz hervorragend und jetzt heißt es Endspurt, Kondition beweisen, weiterhin konzentriert bleiben und wir freuen uns riesig.